Bleibt zusammen, macht die Strafen auf, dass die Leute nach Hause gehen können. Deutsche Polizisten! Warte auf damit! Auf, 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 auf! Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! ...gegen Kordinnen von den westlichen Mächten seit Jahrzehnten! ...dass sie mit jedem Glück ist natürlich nicht so. Teilen sind nicht so und kriminell sind.